Entschließ dich. Feuerwehr ist gelaufen, würde ich jetzt mal sagen, in real life. Gut, 20 Sekunden weg und das Gebäude ist abgefackelt. Tja. Tja, das ist gar kein Problem, Jungs. Stellt eine Feuerwehr auf. Ja, das wäre nicht so bitter. Wo brennt es denn hier? Auf der Straße, wo kann ich so eine Glocke nicht hinstellen, weil es hier kann brennen. Ach, da oben jetzt. Okay, gut. Gut, ich habe es mir gelegt. Da war es eine Glocke. Sympathie. Oh, da hinten brennt man. Und die Feuerwehr ist aber da gut. Möchten Sie jetzt was über die... Ja. Mit ihr, ja, genau. Entschuldigung, die kennen wir nicht mehr. Es sterben immer mehr einfach schrecklich. Ja, aber wir sterben halt ein paar. Gut. Das ist nicht gut, wenn Leute sterben. Hier, drei Tote pro Tag bei 7.000 Einwohner. Ja, okay, wir wollen nicht. Tote pro Tag. Wir sind nicht mehr. Ich habe fünf Pro Tote pro Tag bei 3.8. Und es geht mit dir ab. Ich habe schon zwei Krankenwagen, ich habe schon ein paar Wochen, zwei Krankenwagen aufgestellt. Feuerwehrleute, der Treffen freiwillig, der Köder. Ich hätte mal ja ein Shuttlebus-Depot hin. Also, äh, ja. Ich habe 28.000. Ich habe schon so viel Geld. Ich habe schon so viel Geld. Ich habe von dem Geldmangel. Das leckt gerade ein bisschen, ne? Oh, ich muss sagen, ich habe von mir. Ich habe ein Trimmer. Da vorne. Oh, ein Trimmer. Jeden auf, setz hin. Danke. Finanzabteilung. Gute Wahl. Hast du jetzt die Finanzabteilung? Gut. Nein, du hast die Finanzabteilung. Welche setzt du hin? Ähm, keine Ahnung. Ich muss erst einmal 5.000 Einwohner haben. Stimmt, das solltest. Ein Grund. ... Ah. Deine Nachtgör, meine Nachtgörme. Ich erselle gar nicht mehr genug. گeschwombebehandeln. Wie kann meine dann dir ausgültigen? Nicht Nanat. Ja, so viel. Das kann ja nicht sein, weil wir klingen auch je überall alles. Ja, so hier. Jetzt glaube ich einfach war mir Gegenteil. viel meine brauchen selber und sein Komponente ich bin um die Linke ist ein Kusser gesteckt im Altberg abrufen mit auch bei einem Köln statt in Brand ich kann nicht viel verbessern ich kann nicht mehr machen noch wollen auch verbringen Blutdruck was es gibt die er hat auch geöffnet die Planierung in Brand nicht möglich auch so das Buster der Krankenhaus und Anerbauteilung die Gartenkampen aber ich habe von morgen um Tourismus Abteilung Verkehr ab Sattung um neuerlich Bildungsabteilung machen Bildung kommt später wie lange mit schon auf noch zehn Minuten im März schon wenn man also zehn Minuten auch grob ja er meine Sicherheitsabteilung kleine Brände überall ja ich hab schon genug ich kann die drei Feuerwehr Abteilung hinbauen was macht er was macht er mit bei den Armen mit bei den Meldungen bei die mehreren Töne kommt mit 10 Millions von der Arbeit sucht nach billigen Vergnügungen Herkunft ja gut Licht an Licht aus Licht an Licht aus Alter was wollen die mit ihren Bränden mann wo brennt's denn aus da hinten Junge ich hab nur meine Alter warum brennt's da hinten so extrem ich brauche mal kurz meine Wasserkarte gut da hinten ist halt gar kein Wasser so ich habe fast kein Grund was irgendwie n ja dann du hast ne öel und wird mir gleich exportiert Nein, ich habe noch keine Öl, nie mehr. Ich muss mir hier ganz kurz ein neues Öl da hinzufügen. Gut. Oh ja, gut. Es wird orange. Finde ich gut. Ja. Wer reicht nicht alle, die Bordeprenner verbrauchen wir Löschfahrzeuge. Ja, gar kein Problem. Das lässt sich doch machen. Gut. Warum brennt hier so viel plötzlich? Alter, das ist doch extrem. 5000, dein Müll war ein bisschen arschoffen, ey. Ja, ein Lager 500 Barre. Wie viel haben wir denn? Wir haben 500 Barre. Gut. Dann muss ich aber... Wie viel macht er denn pro Tag? 2200. Also in einem Tag kann ich da wieder ein bisschen was verkaufen, ein Geld. Wie lang? Aha. Oh gut, ich gucke gerade auf meine Uhr. Hand aus der Kontrolle. Weiß er ich nicht. Ja, was ist ein bisschen dafür? Ja. Ja. Wo ich sollte planieren, ich habe drei verlassene Gebäude und drei Träumer. Könners wohne. Könners wohne. Eigentlich eigentlich nicht. Zu hohes Steuern. Jetzt kommen sie mir zu hohen Steuern. Wie viel habe ich denn auf Steuern? Überall auf 12. Das reicht, ja. Wenn ich jetzt alles auf 3, äh, alles auf 11 stelle, dann mache ich nur noch 6400. Die Müllhalde in Annustown nimmt. Ach, du hast schon eine Müllhalde. Ich noch nicht. Ja. Kann ich machen. Du nimmst mir einen Teil ab. Finde ich nett von dir. Naja. Gut, jetzt habe ich auch eine Müllhalde. So. Eine Fahne gehört dann, die sind halt auch noch frei. Hi, Bürgermeister. Ich denke, es ist deine Zeit, diese Baracke, äh, durch etwas in der Schäuze auszusetzen. Denkst du nur durch den Mikarienschutzansatz, um Luftschutzzeuge mit Haken und Leiter in die Fahne. Jetzt muss ich auch noch eine große... Ach, ich kann hier eine große Feuerwehr aufstellen. Nicht schlecht. Ach, du hast ja jetzt diese eine Abteilung in die Gesetzgebung, Sicherheitsabteilung. Ja, habe ich. Statt den Brand, ja. Ich muss 85.000. Jetzt spare ich mal nur 85.000 und... ...und ich mir auch einfach... ...oder warte, ich hole mir jetzt einfach kurz einen Kredit, man. Haben die eigentlich ja den ein, habt ihr nicht. Jetzt mach ich halt völlig viel weniger, aber ich kann, wir kurz die große Feuerwehr holen. Muss euch die große Feuerwehr dann hinsetzen. Hier finde ich ganz nice. Okay, das heißt ja noch. Not bad, not bad. Feuerwehrlandeplatz. Garage mit Chemikalienschutzfahrzeuge. Was brauche ich dafür? Universität. Mit Ingenieurs-Uni. Die Büro des Brandschutzbeauftragten. Die große Feuerwehr... Oh. Hat größere Kapazität als ihre kleinen Schwestern. Fügen Sie eine Garage füge... Warte. Warte. Ist ja nicht zufrieden. Direkt damit. Feuerwehr-Einsatzturm. Okay. Diese brandneue Einsatzturm, kommuniziert über Satellit, erhöht die Reaktionszeit aller Löschfahrzeuge. Ich muss jetzt ganz kurz mal die Steuern auf 12 erhöhen. Wo mache ich das? Boah. Boah. Okay, gut. Also hier steht jetzt meine Zufriedenheit. Doch, meine Zufriedenheit steigt jetzt wieder da, wo ich alle weggemacht habe. Sogen Sie, dass 10.000 Einwohner in ihrer Stadt leben. Finde ich gut. Garage für Löschfahrzeuge, diesel... Tja... Was? Beutelicht für ein Drümer. Ein Drümer. Ja. Eine Garage, komm. das mache ich voll wenig gewinne ich brauche einwohner eindeutig brauche ich einwohner da hätten direkt neben der feuerwehr gedönst ne brennen die ganzen häuser ab mann und kann schon in der stadt nicht mehr meine freunde der mache man kann das fahrer da war auch die die lüge in der die kassel und dann habe ich wenn ich weniger als fünf brennen in sieben stunden schafft ich 50.000 Ja, du brauchst irgendwie Similions, Similions Melonen, du brauchst Melonen Das kann doch echt nicht sein, dass ihr alle zu langsam seid Verdienen sie zusätzlich Sims? Äh, Similions Wir haben ziemlich viel Ruhe hier, Bürgermeister Wir wissen gar nicht, wohin wir können Aber nur Bohren fürs Geschäft Hätten wir eine Rohölzentrale für unsere Geschäft Vielleicht ein paar Anzugträge Ähm, Rohölzentrale Ölraffinerie, Rohölzentrale Gut, da brauch ich erstmal Geld und die müssen pumpen Pumpen, pumpen, pumpen So, jetzt pumpen die hier auch schön Dann mach ich auf Ja Export Export Okay Gut, Jan Ich glaub wir lassen jetzt Wie lang nehmen wir schon auf? Hm, 45 Minuten Oh, ein bisschen geht noch Wie viel? Ich glaub ein bisschen geht noch Ja, ich weiß aber wie lang wollen wir denn noch aufnehmen? 40 Minuten haben wir jetzt Ja, keine Ahnung Viertelstunde, 20 Minuten Ich weiß nicht Ich weiß nicht, weil ich jetzt Hunger hab Warum sollten wir denn nicht aufnehmen? Dann... Nein Egal, wir nehmen trotzdem weiter Ich hab kein Schokoriegel mehr Ich hab kein Schokoriegel mehr Ich hab kein Schokoriegel mehr Ich hab alle gegessen Nein Nein Unten auch nicht Ja Dann gehen dann Ja, kein Neum So, gehen Voll will Leute aus Anustauern Was? Fehlgeschlagen? Ja Helfen freiwillig Find ich gut Ja Einfach irgendwas anderes zu essen Soll ich jetzt echt was zu essen Wenn du willst, kannst du mal Dann spielen wir ein bisschen Alleinunterhalte, wa? Alleinunterhalte spielen Oh, warte, Polizei Ich muss der... Ich brauch ne... Ja, wir dauern nicht lange, so... Polizei, ich muss erstmal ne... Keine Polizeiwache 30.000, are you fucking kidding me, man? Hier ist die Wache Oh Gott, jetzt komm, ich brauch noch... Zwei Stunden, dann habt ihr eure Polizeiwache Soll ich mir noch einen Kredit holen? Das könnte ich ja jetzt machen Gut, jetzt hab ich halt noch einen Kredit Ich hab schon zwei Kredite aufgenommen Scheiße Echt? Wie viele? Was? Wie hoch? Ich auch Zweimal 100.000 Zweimal 25 Scheiße Oh, Junge Die Eingekaufen Die Eingekaufen, hierher Wir werden... Aua Jaja, ich bin doch da Damals bist du noch da? Polizei der Einzelne so weit ist die Sprache gut ist müsste ich mich steuern es ist nicht am Arsch Ostmann Prost ja das Haus brennt direkt neben der Feuerwache da hat aber es ist auch immer noch Traumhaus die Müllhalle nimmt ein genau wie es steht Alter ich bin ich bin voll am Arsch das irgendwie nie in der Tat immer am Anfang geht es mir richtig extrem gut und dann am Ende bin ich am Arsch ich weiß nicht das ist immer so ich bin eine grüppliche Strasse auch mehr Einwohner mann es geht bei uns allen das Geld runter ja Pech Leben besteht nicht aus Zuckerschlecken die man so schön sagt wie ich sie nein ich will nicht weitere Städte beanspruchen aber danke okay oh Junge du brauchst du ernst dringend Geld sagt der richtige Mann ja 2 22.000 wenigstens ja 22.000 Wieso brauchst du so viel Geld? 22.000 na dann ein coole Werkwerk so jetzt aber das coole Werkwerk ab natürlich kann ich endlich auch das Bruststellen mit Geld verdienen es da 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 ey geil ich hab Appartement Browser schlechter Zugangster er hat so gesagt die Polizei den ersten Verbrecher festnimmt finde ich gut oh hier Verbesser Schüttel und mit hat ein Telefon geklingelt nein überhaupt nicht hatten wir neben ihr gehört es gibt immer mehr Leute so gehört sich das ja es ist ein Sinn ich verstehe es nicht direkt neben der Feuerwache brennen die Häuser ab das finde ich einfach nur irgendwie aber das war irgendwie klar das ist so gekommen direkt daneben direkt daneben ich kann gleich mein Rathaus upgraden Sympathierate von 65 ja ich nicht also ich habe schon viele Wohnhäuser ohne Spaß wenn die sich alle upgraden ich habe auch extrem viele ganz hinten ganz hinten links halt ich bin ganz hinten links